Einige Fakten. Erdgas ist farb- und geruchlos, leichter als Luft und steigt daher sofort auf, daher kann es schnell entweichen. Es ist leicht entzündbar und wird oft zusammen mit Erdöl gefunden. Persönliche Meinung. Unsere Meinung über Erdgas ist folgende. Wir finden es grundsätzlich gut, da Erdgas umweltfreundlich und vielfältig nutzbar ist. Des Weiteren ist Erdgas als Heizmaterial kostengünstig.